Hallo ihr Lieben, Christian Schummeier, Patrapper, Beziehungscoach, Blumspsychologe und so weiter und ich werde gleich wieder eine Beziehungsmail beantworten, aber vorher ganz kurz. Boah, es ist da, es ist da, es ist da, aber das sieht so sexy aus. Das war ein neues Buch, ich finde es richtig gut. Ja, dazu mehr heute Abend, also Samstag 20 Uhr machen wir einen Livestream, kommt gerne dazu, da stelle ich das Buch ein bisschen vor und beantwortet auch andere Fragen und so weiter. Aline ist auch mit dabei und es ist richtig, es ist richtig cool geworden. Also in manchem Buch, also ich habe schon die ersten Leute, die haben mir schon geschrieben, dass sie es schon kaufen konnten. Eigentlich kommt es erst, ich glaube Mittwoch raus, aber hier, was weiß ich, Kulturkaufhaus in Berlin oder so. Haben es schon verkauft und ist auch schon Nummer 1 bei Ratgeber für Männer und Nummer 1 bei Ratgeber für Frauen. Ja, also richtig cool, freue mich, aber genau, mehr dazu heute Abend. Und es wird auch einen großen Polaritätskurs geben, jetzt zum Frühbucherpreis, das verlinke ich hier unten nochmal, geht erst November los. Aber auch dazu, mehr ein andermal, gehen wir mal wieder Daily Business in die Dating-Mail. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt zum Buch, kommt einfach heute Abend oder schreibt sie unter das Video, kommt in den Livestream und whatever. So, genau, jetzt habe ich mal eine Frage aus einer Beziehung, finde ich auch immer schön, schreibt mir auch gerne, wenn ihr in einer Beziehung seid und Themen habt, von Anatev Kolavkola und sie schreibt, Talheim, ich bin ein Riesenfan von dir, danke, danke, auch wenn ich nicht auf der Suche bin, sondern schon gefunden habe, wie ich finde, sogar mein Traummann und Deckel. Wir sind seit 24 Jahren zusammen, viele davon verheiratet. Wir haben Kinder zusammen und schon viele dramatische Live-Events, so wie eine mehrjährige gemeinsame Fernwenzierung über Kontinente überstanden. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, was auch immer jetzt kommt, dass du mir schreibst erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist heutzutage eine Riesenleistung. In dieser kurzlebigen Zeit fällt es ja vielen immer schwieriger, ein bisschen langjährige Beziehungen zu führen. Ich meine, es ist nicht die einzige Lebensform, aber hört sich nach einer spannenden Beziehung an und freut mich sehr. Seit einiger Zeit frage ich mich, ob er eine Affäre hat. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich nicht weiß, was ich mit der möglichen Antwort anfangen soll. Also ich vermute mal, schreibt es jetzt, könnt ihr auch gerne mal euer Alter mit dazuschreiben in solchen Mails. Aber 24 Jahre verheiratet, vermute ich mal, dass ihr das klassische Midlife-Crisis-Paar seid, das klassische Paar-Therapie-Paar. So, by the way, ich, das ist auch schon online, ich biete mal wieder so ein paar Sessions an für Einzel- und Paare, das erste Mal seit Monaten. Ja, findet ihr auch auf libysche.de, müsst ihr da so bei den Kursen ganz nach unten scrollen da. Oder einfach schreiben an supportedbibysche.de. So, aber unabhängig jetzt hiervon. Also seit einigen Jahren macht er Sport, neulich sogar zwei bis drei Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Das ist echt viel, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen sportaddicted und ich könnte auch mal, auch mal sechs Tage die Woche Sport machen. Doch, das kommt bei mir auch vor, aber zwei bis drei Stunden am Tag, ey, muss da gar nicht arbeiten. Aber ich sage mal gleich, das gibt es. Also ich bin ja auch, weiß ich nicht, zehn, 15 Jahre in Sportcentern gewesen und es gibt so diese typischen Leute in der Midlife-Crisis, frustriert, scheinbar ein bisschen frustriert, vielleicht auch von eurer Beziehung, weiß ich nicht. Dann suchen viele, flüchten sich in Sport und dann wird man ein bisschen fitter und dann macht man einen Kurs, dann macht man zwei Kurse oder keine Ahnung, vielleicht macht man irgendein Hobby. Und es gibt ja auch, weiß ich nicht, einer von meinen Personal-Trainer, das ist so ein Judo-Typ, die haben auch mal fünf, sechs Stunden Training gehabt, also der ist Leistungs-Judo, keine Ahnung. Aber trotzdem ist natürlich insgesamt gesehen extrem viel, würde ich auch sagen, ja. Und ob das so gesund ist, ist auch mal eine andere Frage, aber gut. Und er rasiert sich hier und da. Das finde ich ehrlich gesagt viel bedenklicher, also. Also, weil, ich sag mal, warum macht man das, ne? Es sieht ja eigentlich keiner, du störst dich nicht dran, vermute mal so im Genitalbereich. Ist natürlich heutzutage, soweit ich das wahrnehme, viel mehr Trend als, vielleicht bist du auch die gleiche Generation wie ich ungefähr, keine Ahnung, als es da so war. Keine Ahnung, vielleicht sieht er das in der Umkleide, macht es dann auch. Aber man fragt sich natürlich schon, für wen, weil für dich ist es ja, du spielst ja schon mal keine Rolle, warum macht er das, ne? Also das finde ich auch sehr bedenklich, muss ich sagen. Ja, ist eigentlich nicht lustig, aber dieses verzweifelte Lachen, okay. Er hat sich von mir entfernt, ich reagiere auf den ganzen Sport genervt. Wahrscheinlich, weil ich das Gefühl habe, dass er diesen auch als Flucht verwendet. Ja. Offensichtlich, ne? Ich habe deshalb gedacht, vielleicht hat er dort auch eine Affäre, ist absolut möglich, ne? Was mich noch genervter reagieren lässt. Inzwischen reden wir kaum noch. Ich mache mein Ding, er seins. Ja, aber so kann es nicht weitergehen, ne? Ich habe da lange drüber nachgedacht und dabei bist du mir mit deinen Dreiecken eingefallen. Sein Sport macht für mich das Dreieck komplett. Ja, also absolut, Hobbys können ein Dreieck bilden, ne, wenn das extrem wird. Also ich kenne das so aus der Paartherapie mit, ähm, mit Leuten, die zum Beispiel Triathlon machen und dann sagen, hey, sorry, ich muss einfach jeden Tag fünf Stunden trainieren irgendwie und ja, dann denken wir uns manchmal auch, ja, wo, wo ist jetzt die Zeit für uns, so, ne? Ähm. Oder die Affäre sollte es denn eine geben. Aber im Grunde genommen ist das Gefühl nicht dasselbe. Es steht etwas ernsthaft zwischen uns. Nur mal eine Frage an dich. Ja, vor allen Dingen, äh, redet ihr nicht, ne? Keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Geht das auch für ausrufernde Hobbys? Ja. Ja, wir sind im Midlife-Crisis-Alter. Ja, okay, unsere Ehe funktioniert. Naja, aber irgendwie nicht so richtig, ne? Also, aber war in letzter Zeit, wie du sagen würdest, deutlich unteraktiviert. Ich übersetze das mal als wenig, äh, Bettsport, ähm, was würdest du an meiner Stelle tun? Ich würde auf jeden Fall das Gespräch suchen. Also, das ist, glaube ich, absolut, äh, keine Lösung jetzt, ähm, Den Elefanten im Raum nicht anzusprechen. So, nur wenn man denkt, oh Gott, wenn ich jetzt den Elefanten anspreche, da ist er wirklich da. Also, er ist ja sowieso da, der Elefant. Und dann solltest du den Elefanten auch, weil du nicht vor anderen Hörnern nehmen und, ähm, ja, ansprechen, ne? Also, ich würde, ich würde mal sagen, so, hast du heute Abend Zeit, ähm, ich muss mal was mit dir besprechen und, also, für das richtig ankündigen. Und dann sagst du, pass mal auf, so, das und das sehe ich. Äh, ich meine, du bist ein freier Mensch, kannst du machen, was du willst, aber ich bin damit sehr unzufrieden. Und unsere Beziehung geht dir gerade den Bach runter. Und, ähm, ja, und ich würde mir das ins Gesicht fragen, hast du eine fucking Affäre? Und, äh, vielleicht denkst du, du kannst mit der Antwort nicht umgehen, aber das wird schon kommen, das Lernen damit umzugehen. Ähm, äh, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen und, wie gesagt, wenn die Sachen erstmal, äh, also, vielleicht sagst du ja nein. Und, äh, dann kannst du sagen, ja, okay, aber warum entfernst du dich so von mir? Also, lass uns, also jetzt ohne, ohne so einen Vorwurf, sondern einfach sagen, hey, ich würde einfach gerne ins Gespräch mit dir kommen, so, ne? Was, was ist los? Was bewegt dich? Und je offener du da bist und ihm zuhören kannst, umso mehr wird es bringen. Und da könnte ich vielleicht auch eine Partei dafür machen. Ähm, und, ähm, wenn er sagt, er hat, also wenn du das Gefühl hast, er lügt, das wäre natürlich das Beschissenste, so, ne? Und wenn er sagt, ähm, ja, ich habe eine Affäre, also ich will jetzt nicht sagen, dass man sich dann sofort trennen muss, überhaupt nicht, aber da musst du sagen, ja, sorry, das kann nicht sein, ne? Das ist, ähm, zumindest, dann habt ihr ja quasi eine Unterbrechung eurer Ehe erstmal, aber dann weißt du, wie du dran bist, ne? Und dann sagst du, äh, ich habe auch mal Videos gemacht, Umgang mit Fremdgehen, äh, aus meinem ersten Jahr, glaube ich, ähm, vom Umgang mit Fremdgehen heißen die, Teil 1 und Teil 2. Äh, da lege ich das aus, wie man damit umgeht. Also nicht zu weich, auf jeden Fall, würde ich, dann würde ich auch, aber kannst ja nochmal schreiben, wenn das wirklich der Fall sein sollte, vielleicht können wir das dann mal exemplarisch besprechen. Naja, halt uns auf dem Laufenden, äh, aber, äh, guck dir das nicht länger an, definitiv. In diesem Sinne, hoffe, wir sehen uns heute Abend, äh, beim Livestream, 20 Uhr oder auf einer der Lesungen, äh, die nächsten sind, oder die ersten jetzt. Das sind nächstes Wochenende in Frankfurt und Karlsruhe, könnt ihr auch noch Tickets erwerben. Und ich bin in Sandgallen am 18.10., das ist jetzt neu, äh, in Orel Füssli, das sagt in Schweizer wahrscheinlich was. Ich dachte, ist das, ist das irgendwie ein Tierart oder sowas, aber nein, das ist scheinbar ein Buchladen, Orel Füssli, okay. Ähm, ich vermute mal den zentral in Sandgallen, aber ich schreibe das nochmal auf der Website. Ähm, könnt ihr auch einfach hinkommen, das ist, äh, von, Veranstaltung von dem Buchladen. Und ich bin auf der Olmar, was scheinbar eine super coole Messe ist, in Sandgallen, ein Tag später, äh, 19.10. von 12 bis 2 Uhr, also 12 Uhr mittags bis 200 Uhr mittags. Freut mich sehr, erst einmal in der Schweiz, ähm, also kommt mal, liebe Schweizer, wenn ihr da in der Gegend seid, würde mich super, super freuen. Nicht, dass ich da, keiner, keiner, keiner kennt und ich rede da ans Leere auf der Olmar, naja, wird schon nicht passieren. Ähm, aber ja, viel Information in diesem Video, ähm, und wir sehen uns bald wieder. Ciao. 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 Ciao.